Hi, willkommen auf meinem Kanal. Heute bin ich ins Trio unterwegs mit meinen Zufallspartnern, die noch gar nicht da sind. Da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Okay, ich weiß nicht, ob wir hier sind. Okay, ich weiß nicht, ob wir hier sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kann dazu nichts sagen. Ehrlich gesagt fällt mir nichts ein. Ich bin doch nicht gestorben. Ich bin aus meiner eigenen Dummheit gestorben. Das ist ein schitzes Raum. Das ist ein schitzes Raum. Mein eigener Dummheit bin ich gestorben. Kommt dieser scheiß Riesenklotz mit seiner Stacheldraht-Scheiße da und dann auch noch diese blöde Hexe. Da fällt mir nichts mehr ein. Leider. Und jeder weiß, dass es jetzt kommt. Das nervt mich jetzt gerade richtig. Das Spiel hat nicht kaum angefangen, gleich einen Balken verloren. Das ist ein schitzes Raum. 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 Ein schitzes Raum. Das ist ein schitzes Raum. Das nervt mich jetzt so brutal. Das ist jetzt passiert. Ist der andere auch tot, oder? Ja, die haben da auf uns gelauert. Der ist nicht tot. Der ist nicht tot, oder? Der ist nicht tot. 78 Meter. Genau ein Kopfschuss. Ja, das sind so typische Spieler. Die warten, vielleicht ein bisschen Einzelspieler, keine Ahnung, Solo. Irgendwo auf dem Ding da oben ist er, glaube ich, oder? Irgendwo lauern die, warten einfach nur, bis jemand vorbeikommt und part. Ganz ehrlich, total langweilig. Also Jungs, wenn ihr Spiel spielt, dann spielt das vernünftig hier. Das ist doch... Macht doch so keinen Spaß. Klar, der hat jetzt zwei Kills gemacht. Der freut sich jetzt. Wow. Nicht rennen. Nicht rennen. Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?